Kapitel 47 Kein Grund zu leben Die Versammlung war zu Ende. Es war alles gesagt, was es zu sagen gab. Die Nacht war inzwischen angebrochen und auch wenn viele der Pokémon nicht mit Schlaf rechneten, wollten die meisten jedoch trotzdem versuchen, Ruhe zu finden. Gerade nun, wo sie den Feind wahrlich kannten. Und irgendwo doch auch weniger als noch zuvor. Auch Aurora wollte sich gerade auf den Weg machen, als sie gestoppt wurde. Hey Aurora, kann ich kurz mit dir reden und auch mit dir, Kel? Zweitere gab keine Antwort, sondern blickte bloß leer auf den Boden. Aurora hingegen zeigte sich gesprächiger. Wenn es schnell geht, ja, was willst du denn? Kurz legte sich Seraora seine Worte zurecht. Er wollte jetzt nichts Falsches sagen. Auch wenn es gerade jetzt sehr viel Raum dafür gab. Ich, ich weiß wie sehr du auch über Epsilons Worte nachdenkst. Gerade über ihre letzte Offenbarung. Du weißt schon, über den Plot. Ein leises Grummeln erklang neben Aurora, doch sie ignorierte es. Jetzt, wo die Dinge letztlich stehen, wir sie es tun. Wir sitzen alle im selben Boot im Kampf gegen diese Lüge. Der Plot ist nicht zwiespältig. Er würde niemals so einen Krieg wollen. Das weißt du so gut wie ich. Das ist einfach nicht, was Plot ist. Plot ist nur noch etwas Reines und Gutes. Und bevor der Einzelgänger weitersprechen konnte, streiften Krallen seine Seite. Die Glut war in Kells Augen zurückgekehrt, als er angriff. Sofort stellte sich Aurora kampfbereit zwischen den ehemaligen Leiter-Team Slash und ihren Teampartner. Alleine dieser Anblick der Feindseligkeit des eigenen Teams reichte, damit Keller kannte, was er getan hatte. Die Glut schwand und nach einem kurzen, regungslosen Moment tat Kells ihr gleich und rannte aus dem Gebäude. Seraora, ist alles in Ordnung? Für einen Moment blickte Epsilons ehemaliger Teampartner zur Tür, aus welcher Kay geflohen war. Es geht mir gut genug. Und von allem, was ich hier sehe, du solltest Kay folgen, Aurora. Er braucht dich gerade dringender. Mein Anliegen kann warten. Bist du sicher? Irgendwo freute sich Aurora sehr über dieses Verständnis, da sie wusste, dass sie Kay besser nicht alleine lassen sollte. Ja, wenn irgendwas sein sollte. Ich bin ja noch beim Turm. Ich hole mir von jemand anderem Hilfe. Also auf. Keine Sekunde mehr wartete Aurora. Sofort sprintete sie los, ohne eine genaue Ahnung, wohin Kell überhaupt gerannt war. Auf dem Weg fragte sie so einige Bewohner, bis sie auf dem freien Feld, das Akani in der Ferne erkannte. Offensichtlich auf dem Weg zur Klippe, welche er auch bald erreichte. Sein Blick war weiterhin nach unten gerichtet. Auroras Anwesenheit schien er gar nicht zu bemerken. Kell! Kell ist alles in Ordnung! Sofort schnellte er um. Seinen Blick erfüllt von Panik und Angst. Seine Augen erfüllt von Tränen. Geh! Bleib weg von mir! Ich bin zu gefährlich! Lass mich alleine! Langsam näherte das wohl Nona sich. Nein! Inzwischen solltest du mich genug kennen, um zu wissen, dass ich dich nicht alleine lasse! Bitte! Geh einfach! Mach es doch nicht schwerer, als es sein muss! Inzwischen stand auch Aurora am Rande der Klippe und setzte sich nieder. Ich möchte dir helfen, Kell, und nicht zerschweren! Es ist zu spät, um mir zu helfen. Meine ganze Existenz in dieser Welt ist eine Strafe. Mehr für euch als für mich. Als ich ein Mensch war, konnte ich all die Untaten, die ich tat, darauf schieben, dass die Gesellschaft mich prägte und zerstörte. Aber diese Welt zeigt mir, dass ich selbst in einer guten Welt wertlos bin. Epsilon hat recht. Unsinn! Du bist kein schlechtes Wesen! Ich kenne niemanden, der unter solchen Einflüssen so stark bleiben könnte! Ich? Stark! Du weißt nicht, wer ich bin! Wie soll ich in dieser Welt stark sein, wenn ich in der letzten schon zu schwach war, um meine Fehler einzugestehen? Zu schwach, um mit ihnen zu leben, bis ich es beendet habe? Fragen schwirrten durch Auroras Kopf. Ein fragender Blick war alles, was sie von sich gab. Ich? Ach. Weißt du, du verdienstest die Wahrheit zu kennen, Aurora. Vielleicht verstehst du dann ja. Also erst mal, du hast mir unendlich geglaubt, dass ich mein Leben als Mensch vergessen hätte, richtig. Wieder ließ Aurora ihre Antwort wortlos ausfallen, doch mit einem Kopf schütteln. Ja. Verständlicherweise, ich bin nicht der beste Lügner. Also, dann lass mich dir etwas erzählen. Rund 16 Jahre war ich alt. Noch lebte ich mit meinen Eltern zusammen, auch wenn ich wenig mit ihnen zu tun hatte und haben wollte, genauso wie sie mit mir. Meine Schullaufbahn hatte ich beendet. Ich war früh abgegangen. Einen Job fand ich auch nicht. Stattdessen hielt ich mich eher in den dunklen Ecken der Stadt auf und rutschte in Bekanntenkreise ab, welche nicht zu gerne gesehen wurden. Aber immerhin fand ich dort auch keine Freunde. Alles, alles was es mir brachte war, dass ich begann zu stehlen, weil ich keinen Job fand und mich damit am Leben halten wollte. Und, ich nahm Substanzen, um mich bei Laune zu halten. Kaum war ich 18, schmissen meine Eltern mich raus. Es war eine schwere Zeit für mich. Ohne Bildung und Beruf. Im Prinzip lebte ich einfach als eine Art Verbrecher. Jeden Tag aufs Neue musste ich Strafarbeit leisten, für die Male, bei denen ich erwischt wurde. Geld hatte ich keins. Eine Wohnung bekam ich gestellt. Das Einzige, was mich an diesen Tagen antrieb, war... Das Einzige, was mich antrieb, war sie. Sie war die einzige Person, mit welcher ich mich verstand. Weder fühlte ich mich ignoriert, noch gab sie mir das Gefühl, ich würde sie zu sehr nerven. Sie war... Sie war die erste Person, in die ich mich verliebt hatte. Und auch wenn ich bis heute nicht weiß, wie sie überhaupt so denken konnte. Es beruhte anscheinend auf Gegenseitigkeit. Wir sahen uns meistens nur am Wochenende, doch... Trotzdem fühlte es sich an, als würden wir uns so endlos nahestehen. Und... Trotzdem schaffte ich es auch mit ihrer Hilfe nicht immer, meine Depression zu verbergen. Ich war einfach an einem Punkt angekommen, an welchem ich am Boden war und nicht wieder aufstehen konnte. Und meine Gesundheit litt natürlich auch darunter. Und im Verlauf der Zeit, mit all ihren Sorgen, auch ihre. Bloß, dass sie, anders als ich, nicht abgehärtet gegen den Schmerz war, durch all die Dinge, die ich erlebt hatte. All die Stoffe, die mich am Leben hielten. Und eines Morgens, es war auf einmal alles vorbei. Die einzige Person, die mir im Leben etwas bedeutet hatte, war tot. Sie hatte sich selbst umgebracht, mitten in der Nacht. Sie hielt dem Druck nicht mehr stand, den Sorgen, meinem Leid. Mir. Von diesem Tag an, verlief jeder Tag gleich. Alles fühlte sich identisch an. Ich wuchs weiter, begann in kleinen Berufen, genügend Geld für kleine Unterhaltung zu verdienen, aber letztlich blieb doch auch, wie ich mich kannte. Für drei Jahre funktionierte ich im Prinzip nur durch Drogen, über die ich nicht einmal nachdenken sollte. Schlimmer als alles, was ihr in dieser Welt habt. Es zerstörte jedes Wesen, von innen und von außen. Aber das Zeug war das Einzige, was den Schmerz ausblenden konnte. Außerdem aufhören konnte ich sowieso nicht mehr. Dafür war ich schon längst zu abhängig. Dann nach einigen Monaten. Es war ein Abend wie jeder. Ich wollte wieder nach Hause, es stürmte. Ich fuhr in einem Auto, was ein tonnenschweres Fortbewegungsmittel ist und düste weg. Und so rammte ich ein anderes Auto. Solche Unfälle geschehen manchmal in der Welt der Menschen. Ich wurde kaum verletzt, aber die Person, die ich rammte, starb. Auf der Stelle durch mich. Und ich war nicht einmal Mann genug, um mich den Konsequenzen zu stellen. Ich floh. Nur, um mich am selben Abend noch meinem Drang hinzugeben und zu tun, was auch sie getan hatte. Mich befreien. Und danach erwachte ich hier. Du kennst die Geschichte. Siehst du jetzt die Wahrheit, Aurora? Menschen sind schrecklich. Aber selbst für einen der ihren war ich noch einmal schlimmer. Denen, die sich mit mir abgeben, bringe ich nichts als den Tod. Und weil ich nicht mit meinen eigenen Fehlern leben konnte, strafte mich das Schicksal und machte aus mir einen Fehler, den diese Welt nun ausbaden muss. Es ist für alle das Beste, wenn ich es einfach beende. Als Antwort bekam das Akani wieder keine Worte, sondern einen Hieb auf den Hinterkopf. Was soll das auf einmal? Du willst das wirklich zur Gewohnheit machen, oder? Wenn du weiter so eine Scheiße redest, dann ja. Ich will nie wieder hören, dass du so über dich selber redest, Kel. Unverständnis machte sich in seinem Verstand breit. Du willst mich immer noch nicht gehen lassen. Siehst du denn nicht, wer ich bin? Was ich getan habe? An meinen Händen klebt Blut, Aurora. Der Mensch, Kel und das Akani, Kel sind zwei Wesen, nicht eins. In dieser Welt sind die Dinge anders. Ihr habt es Pokémon, die sich um dich sorgen. Ach, wirklich. Alleine die Vorstellung wirkte für das Akani absurd. Mit Monagoras habe ich es mir schon lange verspielt. Marcello hasst mich immer noch für die Ereignisse am Eisberg. Verständlicherweise. Elementara sieht in mir eine Belastung für die Liga. Und von anderen brauche ich nicht einmal anfangen. Nenne mir ein Pokémon, das mich vermissen würde. Ich? Für einen Moment war gegen Kel die Sprache. Er hatte mit vielen Argumenten gerechnet, die er für sich alle bereits entkräftet hatte. Aber er hatte nicht erwartet, dass gerade das Pokémon, welches durch seinen eigenen Egoismus ums Leben gekommen war, so über ihn denken könnte. Mir ist scheißegal, was du in deiner Vergangenheit alles getan haben sollst. Die Gegenwart ist hier und was ich sehe, ist ein Pokémon mit reinem Herzen, aber großem Leid. Es gibt nur zwei Pokémon, die dich so hassen, Kel. So sehr du dir etwas einreden möchtest. Zwei? Kel konnte sich nicht vorstellen, wie Aurora auf zwei kam. Er hatte damit gerechnet, dass sie versuchen will, ihn davon zu überzeugen, dass es niemanden gäbe. Epsilon oder Malaga oder was willst du mir einreden? Epsilon ist eines der beiden Pokémon. Das andere ist kein Feind. Es ist ein Pokémon, dem ich inzwischen sehr nahe stehe. Kel. Frank blickte das Akani seinen Teampartnerin an. Das war die Antwort, Kel. Das einzige Pokémon neben Epsilon, das dich wirklich hasst. Bist du selber? Sofort erwachte wieder Zorn im Akani und er fuhr Aurora an. Nicht, da er ihre Worte derart schrecklich fand, sondern, da er ihre Wahrheit erkannte, aber nicht bereit war, es zu akzeptieren. Nein, ich habe schon genug Hass erlebt, um wissen zu müssen, wie sich das anfühlt. Und selbst, wenn du recht hättest, was würde das ändern? Ich bin trotzdem eine Gefahr. Ein Wahnsinniger, der jeden Moment die Kontrolle verlieren kann. Der einzige Weg, sicher zu gehen, dass ich niemanden verletze, ist mein Tod. Und was ist mit der Plot-Armor? Wir haben die Hälfte bereits und auch die andere Hälfte werden wir bestimmt bald finden. Außerdem entspringt deine Anfälle nicht immer aus Zorn, sondern es ist dann nicht gerade Pokémon wie unser Team, deine Freunde, die dir helfen können, damit sich die Dinge bessern. Wir könnten dir helfen, wenn du nur aufhören würdest, an dir selber zu zweifeln. Deswegen, gib dir bitte selber die Chance zu heilen. Wir alle wollen dir helfen. Ich will dir helfen. Dieses Mal benötigte Kel einen Moment, um eine Antwort zu finden. immer noch wollte er nicht nachgeben. Nein, die Plot-Armor ist keine Option. Wir haben keine Idee, wo der Rest sein könnte. Vielleicht existiert sie nicht einmal mehr. Und je länger ich bleibe, desto desto eher riskiere ich, dass euch dasselbe passiert wie ihr. Gerade du, Aurora, du machst dir so viele Sorgen um mich. Womit habe ich das verdient? Dadurch, dass ich dich angelogen habe. Verraten, zurückgelassen, verletzt. Dadurch, dass ich nichts als Probleme mache. Es hat doch alles keinen Zweck mehr. Ich, ich habe keinen Grund zu leben. Nur Gründe zu sterben. So sehr sie es auch versuchte, Auroras Worte fanden ihr Ziel nicht. Und sie sah dies. Aber sie war nicht bereit nachzugeben. Nein, nein, ich werde dich nicht sterben lassen. Ich habe schon zu viele Pokémon auf diese Weise verloren. Denkst du, das ginge mir besser, wenn du heute hier sterben würdest und ich wüsste, ich hätte es vielleicht verhindern können? Kurz zögerte sie, bevor sie eine folgenschwere Entscheidung traf. Kelp, lass mich dir etwas erzählen. Ein Einblick in meine Vergangenheit. Etwas, was ich bisher noch nicht stark genug war, jemand anderem zu erzählen. einen Einblick in die Vergangenheit. Wenn du jetzt zu machen hast, Ich habe schon gesehen, Ich habe schon gesehen, Untertitelung des ZDF, 2020